Sieg vorhanden mit Bayern, auch er, der war der rechte Mann in München. Unser Mann mit dem, ein gewünschtiger Rundstein, haben wir alles erleichtert. Immer vor dem, auf einem unglaublichen Niveau, über so erschien wir sagen, der Weltmeister, der Europa-Mannsburg-Siegfahrer-Molchen-Answerd-Champions-League-Siege. Ein Münchner, einer von uns. Danke für ihn. Einer der beliebten Spieler in der Geschichte der 60er-Mann-Bücher. Mit der hohe Hoffnung. Und für ihn ist meiner Meinung nach der FC Bayern München der Vollständigkeit halbe auf die letzten Minuten. Das ist der Rundstein Nummer 13. Und auf der SC Freiburg hat noch mal...